Achte auf positive und entschlossene Menschen, die Deinen Weg begleiten. Das Gesetz der Anziehung erhöht die Schwingungsfrequenz um Dich herum und gestaltet das Feld um Dich positiv. Achte auf positive und entschlossene Menschen, die Deinen Weg begleiten. Das Gesetz der Anziehung erhöht die Schwingungsfrequenz um Dich herum und gestaltet das Feld für Dich positiv. Du ziehst genau das an, was Du in Deinem Leben fühlst. Achte aufen Kucht angesiede, die Ure nicht attraktiviert sind. Dad